So Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Video hat ganz bewusst keinen Titel. Das Video ist nur für die Leute, die es sehen sollen. Ich werde heute ein Thema anschneiden, was vielleicht für den einen oder anderen nicht ganz so einfach zu verstehen ist, der noch nicht so weit ist in seiner Entwicklung, was auch gar kein Problem ist. Aber wenn du einen offenen Verstand, ein offenes Herz hast und dir gerne anhören möchtest, was ich zu erzählen habe, bleib gerne dran. Das Video hat potenziell die Macht, dich zu befreien, aus deinem Leid, aus deinem Skript, aus deinem Schicksal zu befreien, wenn du verstehst, was ich hier erzähle und es auch anwendest. Deswegen ist das halt nur für diejenigen, die bereit sind. Die anderen werden sowieso nichts damit anfangen können. Kein Problem, jeder lernt halt die Sachen zu der Zeit, zu der er sie eben hören soll. Alles ist so, wie es sein soll. Alles ist völlig in Ordnung. Das Erste, worüber ich reden möchte, ist der freie Wille. Und zwar ist es ja so eine Frage, haben wir einen freien Willen oder haben wir keinen freien Willen? Und die Antwort ist ganz klar, nein, du hast keinen freien Willen. Du kannst nicht frei in der physischen Welt das machen, was du möchtest. Du bist gebunden an deinen Bewusstseinszustand. Du handelst aus deinem Bewusstseinszustand heraus und je nach deinem Bewusstseinszustand, so werden auch deine Resultate und deine Handlungen sein. Oder kannst du jetzt einfach die Sache tun, die du tun möchtest? Du weißt wahrscheinlich sogar ganz genau, was du tun möchtest oder tun musst, um an dein Ziel zu kommen, aber du kannst es einfach nicht tun. Du hast zum Beispiel Angst davor, irgendetwas zu tun. Du nimmst dir vor, es zu tun. Du nimmst dir vor, etwas zu verändern. Aber du schaffst es einfach nicht, es zu verändern. Warum nicht? Warum schaffst du es nicht, es zu verändern? Weil du in einem Skript gefangen bist. Du bist in deinem Bewusstseinszustand gefangen. Und egal, was du tust, du wirst immer dieselben Resultate erzielen, bis du deinen Bewusstseinszustand veränderst. Alles ist Bewusstsein. Du kannst deine Handlungen noch so viel ändern, noch so viele Methoden ausprobieren. Es wird nichts bringen, wenn du nicht deinen Bewusstseinszustand veränderst. Du bist in einem Skript gefangen. Es gibt keinen freien Willen. Und das ist auch wichtig und richtig. Denn dadurch, dass wir nun mal zu einem sehr, sehr großen Anteil unbewusst sind und eine höhere Intelligenz das Ganze sozusagen steuert, ja, alles ist eins, dadurch haben wir kein Chaos. Es sieht vielleicht in vielerlei Hinsicht so aus, als hätten wir ein Chaos. Aber es funktioniert alles genau so, wie es funktionieren soll. Alles befolgt die Regeln des Universums. Ja, und niemand und auch nicht du und auch kein sonst wer kann aus diesen Regeln ausbrechen. Alle haben diese Regeln zu befolgen. Zum Beispiel, wenn du etwas manifestieren möchtest. Irgendwelche Leute zum Beispiel, wenn du etwas verkaufen möchtest, müssen ja deine Sache kaufen. Du visualisierst, wie du etwas verkaufst, wie du Geld machst. Irgendwer muss es ja kaufen. Dieses Skript geht und übernimmt sozusagen den unbewussten Zustand dieser Individuen und dadurch kauft es. Es ist nicht so, dass die Person kauft. Es kauft. Nicht ich kaufe dein Produkt, sondern es kauft. Oder wenn du zum Beispiel gestresst bist und du musst zur Arbeit und du denkst, oh shit, ich komme zu spät. Du bist mit voller Stress, denkst, oh die Leute werden, die Autos ist Stau und so weiter. Und plötzlich sind alle Ampeln rot. Die Person, die vor dir geht. Sie geht plötzlich nach links, weil du nach links gehen möchtest. Das Skript übernimmt den unbewussten Zustand der anderen Personen, um deinen eigenen Bewusstseinszustand zu spiegeln. Das ist nicht so, dass eine Person irgendwie bewusst dir schaden möchte. Niemand möchte dir schaden, wenn dich jemand beleidigt oder dich schlecht macht oder sonst irgendetwas. Die Person macht das nicht. Niemand tut dir etwas an. Es gibt kein Wesen auf der Welt, das dir etwas antut. Und das ist dein Bewusstseinszustand, der diese Sachen sozusagen anzieht. Es ist Teil deines Skriptes. Du bist in diesem Skript gefangen und alles, was du tust und was in der Außenwelt passiert, ist ein Resultat von deinem Bewusstseinszustand. So wie innen, so außen, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist es, was damit gemeint war. Der Himmel ist dein Bewusstsein. Und die Erde ist nun mal die Erde. Das, was wir hier in der Außenwelt erleben. Es ist nicht so, dass du dich irgendwo hinbewegst, dass du einkaufen gehst oder sonst irgendetwas. Sondern du nimmst den Bewusstseinszustand ein, in dem du dich sozusagen unbewusst fühlst, wie du einkaufen gehst. Und dann geht der Charakter einfach einkaufen. Bevor du einkaufen gehst, siehst du dich erstmal einkaufen. Bloß, dass es schon automatisch funktioniert. Du nimmst es gar nicht mehr bewusst wahr, wie du die Absicht deklarierst, einkaufen zu gehen. Und dementsprechend geht der Charakter einkaufen. Wenn du erleuchtet bist, wenn du in diesem höchsten Bewusstseinszustand bist, dann ist es nicht so, dass du sagst, okay, ich hebe jetzt den Arm. Sondern der Arm hebt sich. Es passiert einfach. Es ist nicht, ich hebe den Arm, sondern der Arm hebt sich. Es ist nicht, ich gehe, sondern es geht einfach. Alles läuft nach einem Skript ab. Es ist nicht so, dass du die freie Wahl hättest, irgendetwas zu tun. Du beobachtest es einfach nur. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier gerade zu dir rede, sondern es redet einfach. Oder denkst du nach jedem Wort oder vor jedem Wort, das du sagst, nach, was du sagst. Es passiert halt einfach. Und das sind genau die Sachen, die passieren, die eben zu deinem Skript passen. Und wenn du dieses Skript nicht veränderst, dann wirst du bis ans Lebenende in diesem Skript gefangen bleiben. Du hast nicht die freie Wahl zu tun, was du tun möchtest. Es ist viel besser. Du hast die Wahl zu entscheiden, was du erleben möchtest. Du kannst dich nicht frei in der physischen Welt bewegen und das erreichen und machen, was du möchtest. Du kannst aber einfach deinen Bewusstseinszustand verändern. Einfach ein neues Skript wählen. Und dann wird alles in deinem Leben nach diesem Skript weiterlaufen. Du musst überhaupt nichts tun. Das ist, was die Leute sagen mit du musst nichts tun. Du tust ja sowieso überhaupt nichts. Du kannst überhaupt nichts tun. Es passiert einfach. Du kannst nur einen neuen Bewusstseinszustand auswählen und dann passieren die Dinge passend zu diesem neuen Bewusstseinszustand. Deswegen ist es ja so wichtig, wenn man etwas manifestieren möchte zum Beispiel, sich in dieses Gefühl reinzufühlen, es zu visualisieren, es zu spüren, darin zu leben. Weil das dann dein neuer Bewusstseinszustand, dein neues Gefühl ist, aus dem du heraus lebst und das verändert im Endeffekt dein Skript. Das, was du annimmst, das, was du in der Zukunft siehst, das wird dann passieren. Ja, wenn du allerdings unbewusst bist, dann passiert alles so wie das Skript vom Anfang an dir halt eben gegeben wurde. Deswegen werden auch manche Leute, die unbewusst sind, reich. Es war einfach Teil ihres Schicksals. Wir nennen das Ganze Schicksal. Ja, aber wenn du aufwachst und realisierst, ach ja, ich befinde mich ja in einem Film, ich befinde mich in einem Skript, dann kannst du das Skript beeinflussen. Ja, nur ein Schauspieler in einem Film, der realisiert, dass er sich in einem Film befindet, kann das Skript verändern. Die Leute, die nicht wissen, dass sie sich in einem Traum oder in einem Film, wie auch immer man es nennen möchte, befinden, die sind darin gefangen und deswegen glauben sie auch, oh, die Reichen sind böse. Ja, dadurch, dass sie glauben, die Reichen sind böse, werden sie niemals reich sein, weil ihr Bewusstseinszustand sagt, ja, Reiche sind böse, also bin ich nicht reich, zum Beispiel, ja. Ja, deswegen, werde dir bewusst und ändere dein Skript. Ändere nicht das, was du tust, sondern was du bist, ja, ändere dein Sein, ja. Also, wie können wir dann aus diesem Skript entkommen? Vorher trinke ich, glaube ich, erstmal noch einen Schluck. Also, wie können wir aus diesem Skript entkommen? Als erstes müssen wir die Natur dieses Skriptes verstehen. Und zwar ist es nun mal so, dass das Skript dual ist, ja, es gibt sozusagen einen äußeren Spiegel und einen inneren Spiegel. Das, was in der Außenwelt passiert und das, was halt in der Innenwelt passiert. Und wenn du deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit auf einen dieser Spiegel richtest, dann wirst du von dem jeweiligen Skript eingenommen, ja. Also, zum Beispiel, wenn du draußen unterwegs bist und es knallt plötzlich, dann merkst du nicht, was du denkst. Dann siehst du den inneren Teil von dir nicht, ja. Du bist komplett von dem äußeren Skript eingenommen und läufst einfach weg, weil das das Skript so will. Oder wenn du einen Film oder sowas schaust, dann nimmst du ja auch nicht wahr, was du innerlich denkst. Du bist komplett in diesem Skript gefangen, du bist dieser Film. Oder wenn du eine Interaktion mit jemanden hast und nicht gleichzeitig beobachtest, was geht in mir drin vor. Dann redest du einfach die Dinge, die einfach in diesem Skript vorgegeben sind. Ja, deswegen sagt man immer, ja, mir geht's gut, hallo. Immer diese selben Sachen. So, dann gibt's noch den inneren Spiegel. Das ist alles, was in dir vor sich geht. Zum Beispiel, angenommen, du bist voll in deinen Gedanken, bist voll am Zweifeln, denkst so, blöd und so weiter. Und du merkst eigentlich gar nicht, was außen vor sich geht. Ja, du bist dir nicht bewusst darüber, was außen vor sich geht. Du siehst zum Beispiel die Dinge gar nicht, die passieren. Irgendwie jemand, den du kennst, geht an dir vorbei, aber du nimmst ihn einfach nicht wahr, weil du so in deinem Kopf bist. Weil du so von diesem inneren Skript gefangen bist. Also du bist entweder von dem inneren Skript, der inneren Seite des Spiegels oder von der äußeren Seite des Spiegels gefangen genommen. Du siehst nicht, dass es ein Spiegel ist, du bist in dem Spiegel gefangen. Ja, das ist ein Skript, das abläuft, es ist ein Film, der abläuft und du bist in dem Film gefangen. Und um jetzt aus diesem Film zu entkommen, musst du aus dem Film zurück in den Zuschauersaal gehen, ja. Du musst dich von dem Film distanzieren und wieder in den Beobachtermodus gehen und den Film beobachten, anstatt zu glauben, dass du diese Filmszene gerade spielst, ja. Du gehst runter und distanzierst dich von diesem Film. Und wie du das tust, ist folgendes. Du musst dir beider Spiegelseiten gleichzeitig bewusst werden, ja. Wenn du auf einer Seite bist, bist du in ihr gefangen. Wenn du in der Mitte zwischen beiden bist, dann beobachtest du die äußere Seite des Spiegels und die innere Seite. Du bist dir deiner äußeren Welt und deiner inneren Welt vollkommen bewusst. Du hast deine Aufmerksamkeit zentriert, ja. Du bist sozusagen außerhalb der Matrix, ja. Wenn du in dem Skript drin bist, bist du in der Matrix, dann bist du das Opfer der Matrix. Aber sobald du dich zwischen den beiden Spiegelseiten befindest, dann bist du außerhalb der Matrix und kannst die Matrix manipulieren. Du kannst die Matrix steuern und dementsprechend das Skript auswählen, was du erleben möchtest, ja. Wie gesagt, du hast die Wahl, alles zu erleben und alles zu erfahren, was du erfahren möchtest. Du hast aber nicht den freien Willen, in dem Skript zu tun, was du möchtest. Du kannst aber rausgehen und dann das Skript von außen manipulieren und verändern, ja. Und wie du das machst, dass du in diesen zentralen Punkt kommst, ist folgendes. Du wirst dir bewusst, wer bin ich, wo bin ich und was mache ich gerade? Du stellst dir die Frage, wer bin ich, wo bin ich und was mache ich gerade? Du musst die Fragen nicht beantworten, sondern einfach nur die Frage stellen und dir vollkommen bewusst werden dieser Fragen, ja. Ja, okay, ich sitze jetzt hier gerade und ich mache gerade dieses YouTube-Video. Dessen wirst du dir vollkommen bewusst. So bewusst, dass du sagen kannst, ich sehe mich selbst und ich sehe meine Realität. Ich beobachte gerade die äußere Seite des Spiegels und gleichzeitig, was in mir vor sich geht. Ich befinde mich zwischen den Welten, ich bin außerhalb der Matrix mit meinem Bewusstsein. Und wenn du dich außerhalb der Matrix befindest, dann kannst du in das Filmskript einen neuen Frame einsetzen. Und was passiert, wenn du die Endszene in einem Film veränderst? Wenn anstatt der Held nicht überlebt, sondern stirbt, dann verändert sich einfach das Skript zu diesem anderen Endresultat. So und wenn du dir vollkommen bewusst geworden bist, wer bin ich, wo bin ich und was mache ich gerade? Ich sehe mich selbst und ich sehe meine Realität. Dann kannst du dieses neue Bild, diesen neuen Frame einsetzen. Und das machst du, indem du einfach dir dieses Bild, diesen Frame vorstellst. Und zwar gehst du einfach dahin und visualisierst einfach kurz, was du erleben möchtest. Und je nachdem, wie weit dieser Frame von dem jetzigen Zeitpunkt im Film entfernt ist, umso mehr Zeit ist nun mal dazwischen. Ja, also wenn du dir jetzt zum Beispiel vorstellst, dass du ein Lamborghini hast und eine Villa und im Ausland lebst und so weiter, dann braucht es natürlich noch einige Filmszenen, die ablaufen müssen, bis dieser Frame sich zeigt. Deswegen musst du auch relativ lange diesen Zustand aufrechthalten. Wenn du aber jetzt zum Beispiel nachher einkaufen gehst und einfach vorher dir bewusst wirst, wer bin ich, wo bin ich, was mache ich gerade? Ich sehe mich selbst, ich sehe meine Realität. Und dann einfach visualisierst, wie du nicht an der Kasse warten musst und einfach ganz entspannt durchgehst oder der Parkplatz ist gerade frei. Dann wird es mehr oder weniger sofort passieren. Du wirst sofort erleben, okay, ich muss nicht mehr an der Kasse warten. Ich muss nicht mehr einen Parkplatz suchen. Die Möglichkeiten ergeben sich mir einfach. Das Einzige, was du tun musst, ist regelmäßig aus dem Skript aufzuwachen, dir des gegenwärtigen Momentes bewusst zu werden, dich außerhalb der Matrix zu befinden und einen neuen Frame einzusetzen. Und das Einzige Schwierige daran ist, sich dieses Aufwachen zur Gewohnheit zu machen. Du musst dir nur zur Gewohnheit machen, regelmäßig bewusst zu werden. Und wenn du es dir zur Gewohnheit gemacht hast, regelmäßig bewusst zu werden, dann ist das der ultimative Heck, dein Bewusstsein zu erweitern. Weil du wachst dann automatisch auf. Irgendwann wird es deine Gewohnheit immer wieder zu sagen, okay, wer bin ich, wo bin ich, was mache ich gerade? Dir vollkommen bewusst zu werden und dann hältst du diesen Zustand, diesen Zustand des Bewusstseins. Du wirst immer wieder am Anfang noch einschlafen. Ganz normal. Aber je öfters du aufwachst und diesen Zustand immer länger hältst, umso länger befindest du dich außerhalb der Matrix und kannst immer besser beeinflussen, wie die Dinge geschehen. Beeinfluss nur deinen eigenen Ablauf. Versuch nicht, andere Leute zu beeinflussen oder irgendwem zu schaden. Wenn du versuchst, jemanden zu schaden, dann wird es backfieren. Also nutz es nur zum Guten. Nutz es nur zum Guten. Also um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Du hast keinen freien Willen. Du kannst nicht mit deinen Handlungen frei entscheiden, was du machst. Denn du kämpfst dagegen nur gegen das Skript an. Aber das Skript läuft so oder so ab. Zum Beispiel angenommen, du befindest dich in einem Film. Und in dem Film steht fest, dass du zu dem und dem Zeitpunkt von dem Bösewicht abgeschossen wirst. Du kannst weglaufen, die werden dich finden. Du musst einfach den Frame verändern. Deswegen ist es halt auch so, dass unterschiedliche Leute dieselben Dinge tun und unterschiedliche Resultate tun und unterschiedliche Resultate haben. Weil wie kann es sein, dass wir beide zum Beispiel ein YouTube-Video machen und wir haben dieselben Dinge gelernt, aber haben trotzdem andere Resultate? Weil wir einen unterschiedlichen Bewusstseinszustand haben und dementsprechend einen anderen Ablauf, einen anderen Skript anziehen. Du musst deinen Bewusstseinszustand verändern. Du musst dein Sein verändern, um deine Außenwelt zu verändern. Und die Methode, die ich dir hier gesagt habe, ist die mächtigste und die einzige Methode, die du eigentlich brauchst, um das Ganze zu tun. Es gibt natürlich die ganzen anderen Methoden und die sind auch sinnvoll. Die haben alle ihre Berechtigung und es funktioniert alles am besten, wenn du mehrere Sachen zusammenpackst und nutzt. Aber das ist der ultimative Weg, um sich aus der Matrix zu befreien. Mit der Methode kannst du sofort jetzt hier und ganz dich in diesem Film sehen und den Film, den Ablauf des Films kontrollieren. Ja, wie gesagt, du hast keinen freien Willen, du kannst nur wählen, was du erlebst. Du hast die freie Wahl, alles zu erleben, was du erleben möchtest. Wenn du gegen das Skript ankämpfst, dann geht das immer nach hinten los. Ja, du wählst, was du erleben willst und dann folgst du einfach diesem Skript. Alles ist im Fluss. Das ganze Leben ist im Fluss. Und dann folgst du einfach nur noch diesem Fluss. Du musst nichts weiter tun. Dann geht das Universum ganz einfach den Weg des geringsten Widerstandes. Du musst nicht kämpfen. Du musst nicht versuchen, irgendetwas zu erzwingen. Es passiert einfach, ganz normal. Schau dir die Natur an. Alles läuft mit dem einfachsten und am wenigsten energieverbrauchenden Zyklus ab. Das Gras strengt sich nicht anzuwachsen. Es wächst einfach. Ja? Und genau so musst du im Endeffekt auch leben. Du veränderst einfach dein Skript, hörst auf, gegen das Skript zu kämpfen. Du lässt los. Und dann werden die Dinge sich so ergeben, wie du sie erleben möchtest. Das ist wirklich die eine Sache, die es dir ermöglicht, dich aus der Matrix, aus dem Skript zu befreien. Hör auf, gegen das Skript zu kämpfen. Du kannst nicht gewinnen, wenn du gegen das Skript kämpfst. Das Einzige, was du tun kannst, ist, dich aus dem Skript zu entfernen und ein neues Skript zu schreiben. Wenn ihr das verstanden habt, Leute, dann wisst ihr, wie immer. Ihr könnt alles sein haben und tun, was ihr wollt. Ja. Ich weiß nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.